Vielleicht können Sie das erkennen, was für Kekse das sind. Dankeschön! So, Weihnachtspieler vor der Tür, da wünsche ich Ihnen mal wenig Fernsehen, viel Freude, von mir ist auch viel Saufung. Feiern Sie schön, lassen Sie sich rein geschenken und kommen Sie in ein Spezialgutes, erfolgreiches und gesundes 2018. Der Mond geht auf, ich bin bereit, denn diese Nacht schafft die Gelegenheit, wenn alle Engel schlafen gehen, kann's kaum erwarten, dich zu sehen. Ich breite meine Flügel aus, mit dem Wind zu dir aus, die Nacht ist schwarz und sternenklar, doch sie ist nicht zum Schlafen nah. Lass mich dein Kleiner in Jesus sein, jedes Problem und all dein Schmerz, denn morgen früh vergessen sei. Jetzt strahle mich deine Augen an, ich finde die richtige Dürrung. Doch für dich gibt es ein Zurück, denn ich bleibe für den Augenblick. Der Tag erwacht nicht meine Zeit, die letzte Nacht schuft die Gelegenheit, und alle Engel werden wach, so erwarte ich die nächste Nacht. Ein neues Spiel, ein neues Glück, ein Leben für den Augenblick. Und alles, was mit dir geschah, ist für dich heute nicht mehr wahr. Und alles, was mit dir geschah, ist für dich heute nicht mehr wahr. Dankeschön. Dankeschön.